Wir sind hier im Rosengarten, in unserer Kernparzelle. Es ist Spätsommer und so langsam wird es immer ruhiger bei uns hier in den Weinbergen. Wir haben jetzt eigentlich das Großes gemacht. Die Hauptarbeit ist erledigt und jetzt geht es bei uns noch mal so ein Stück weit um den letzten Feinschliff in den Weinbergen. Wir sind jetzt gerade hier hinten dran, noch mal ein paar Reben am Wickeln. Wir gehen die Stöcke noch mal durch und gucken, ob noch mal hier und da vielleicht eine Traube weggenommen werden muss, um einfach den Stock perfekt in den perfekten Wuchs zu haben. Wir haben jetzt das erste Jahr biodynamischen Weinbau hinter uns und wir haben schon jetzt das Gefühl, dass einfach dieser Mehrwert da ist, dass du mehr Vitalität hast, mehr Kraft hast. Irgendwie strahlen die Weinberge auch ein Stück weit mehr Ruhe aus und ich bin ganz gespannt, aber ich bin überzeugt davon, dass wir das auch jetzt schon im ersten Jahrgang schmecken wird und es ist ein langer Prozess und wir freuen uns auf alles was kommt, aber es geht ganz klar in die richtige Richtung. Also Anfang September wird es losgehen mit der Ernte. Wie gesagt, die Vitalität ist da. Die Trauben sehen gut aus und jetzt bangen wir natürlich oder hoffen natürlich, dass das Wetter auch noch mitspielt, dass es nicht zu heiß ist, dass es gemäßigt weitergeht. Wir gucken immer so ein bisschen in den Himmel, dass bloß auch kein Unwetter aufzieht, kein Hagel schlagt. Wein ist ein Naturprodukt und wir spielen mit der Natur und wenn die Natur uns lässt, werden wir hinterher auch hoffentlich nach der Ernte 2020 einen genialen Jahrgang im Keller haben. Aber das kann ich tatsächlich dir erst sagen, wenn es so weit ist, weil bis dahin kann viel passieren. Aber wir sind guter Dinge und voll motiviert und glauben, es wird ein großartiges Jahr.